So, ich bin's wieder TauberP und willkommen zu einer neuen Minecraft-Folge. Wie ihr vielleicht hier schon in meiner Hand sehen könnt, ich habe mir einen neuen Skill gemacht, der mich so ein bisschen widerspiegeln soll. Warte, ich kann euch mal an das von hinten, also man sieht, ich fang mal an, graue Schuhe, schwarze Hose, weiße Pullover und dann habe ich was Schwarzes an. Man sieht meine braune Haare und hinten steht halt LP drauf, das steht für LP, also für Let's Play. So, dann von vorne, hier seht ihr das auch, Tee für Tom, da seht ihr mich im Gesicht mit meiner Brille und meinem Snowboard. Ja, das bin ich halt. So, wir sind scharfe, ah, scharfe, ja, kommt her, blöd scharfe, danke. Du auch. Komm jetzt! Komm doch, ihr jetzt! Boah! Mann. Es hört sich braucht drei Wolle für den Haus, für den Haus oder nicht. Komm, komm doch jetzt! Boah! Boah, kack, Chef! Geh nicht weg! So, dann brauchen wir Holz. Ja, voll geil. So. Ach ja, und, äh, nachher kommt halt noch, äh, Slenditavis. Könnt ihr euch schon mal drauf freuen? Freue mich nämlich auch schon drauf, weil ich hab's auflebt, das wird bestimmt wieder gruselig. Können wir ja schon auf Slender. Das wird relativ ähnlich. So, gleich habe ich hier die Baum. So, das ist schon mal gut. So, das ist schon mal gut. Man kann ja nie wissen. Oh, das ist gut. So. So. Oh, Pilze. Pilze, die braun. So. Ja, nicht getroffen. Ähm, jetzt müssen wir uns ein Ort zu hören, wo wir wohnen wollen. Auf dem Hügel nach oben vielleicht. Ja, sieht gut aus. Ich glaub, das machen wir. Was ist das eigentlich? Das kann man nicht abbauen. So. So, dann versuchen wir da mal hochzuklattern. Ah, nach dem Mond. So. 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 Ich glaube, ich brauche eine Spitzhacke. Ich glaube, ich brauche eine Spitzhacke. Ah, fuck. Okay. Gut. So. Dann bauen wir das Steidler ab. So. 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 wird bestimmt gut das ist doch schon mal super ich habe ja ich muss was essen also wir brauchen eine erde von der haus die never best von hier so jetzt gehts ab so wollen wir gucken wie viel wir brauchen für ein schönes haus unser bett muss ja auch noch reinpassen wo wir schlafen so nehmen wir das einfach mal mit geht wieder hoch so das ist so ein geeigneter Standort so jetzt machen wir hier schöne Hausform ich glaube das reicht nicht oder so das kommt genau hin ich kann ah ja danke so da noch da ein so so perfekt noch das Bett und das Ding hier ah fuck was ist das was meinst du Teufel jetzt hör auf wo kommst du her ich glaube seit wann gibt es denn hier Geister ah jetzt ist so vielleicht hört das jetzt auf das ist immer noch ah ah scheiße ich kann mich so nicht konzentrieren ich wollte nur eine Kiste bauen das kann doch nicht wahr sein ah nein das übernehmen Kontrolle über dich über mich das ah 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 was war das nein scheiße jetzt weiß ich gar nicht wo wir sind und wo wir überhaupt unser Bett gebaut haben ah es ist doch so durchdrehen Entschuldigung da waren wir jetzt so weit so weit und dann kommt da so ein Geist so ein scheiß Geist und macht uns kaputt scheiß scheiß spiel ey ach so eine scheiße ja toll und nicht finde ich das wieder kann doch nicht wahr sein kann doch nicht wahr sein kann doch nicht wahr sein ich hab so ein schönes Haus das sah so schön aus ja da ist es ok da gehen wir gleich noch hin in dieser Folge schnell oh nein 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 geh weg geh weg geh doch jetzt weg weg ah fuck aber das explodiert das nehmen wir mit das klauen wir uns he he so schnell hoch aber wir hatten schon wieder Pärchen in dieser Folge ich bin glaube ich verfolgt davon so ok schlafen wir auch schnell so früh am Morgen so ich stelle mich auf mein Haus so da seht ihr das glücklich und zufrieden ok ich bedanke mich wieder fürs Zusehen und würde mich über eine positive Bewertung natürlich wieder sehr freuen und wir sehen uns dann vielleicht auch bei SladiTubbies nachher ok bis dann cheers